t.björg den nicht den farm heute sondern das auto von ihm fahren wir heute den volvo polster ich habe mich entschieden willkommen zurück mit einer passenden lackierung vielleicht standard nein nicht b standard das y immer noch 100.000 jaja ich hab's ja ich weiß gar nicht was das teuerste auto im ganzen spiel ist also damals den forza 4 da waren dazu autos so alte ferraris jaguars die so gut und gerne sechs millionen gekostet haben noch 11 millionen ich meine da wäre so einer bei den 11 millionen gekostet ich weiß es nicht mehr wir fahren übrigens im wunderschönen dubai wo die sonne scheint genauso wie hier in deutschland 30.000 grad sonne scheint geil und ich darf nachher noch eine stunde autobahn fahren ohne klimaanlage geil was heißt nachher so gleich so richtig zur mittagszeit weise traumhaft äh der hat einen dicken spoiler können wir da nicht tiefer gelegt ist er schon ein bisschen mehr abtrieb jetzt sogar von eier der spoiler davon das schön wird zwei runden dubai irgendwo in der wüste wir fahren nach japan all die kann ich sagen würde dazu heißt erstmal schön an allen vorbeifahren linke seite auf das reverse das ist reverse alles klar erstmal wieder umgewöhnen äh jungs macht doch mal macht doch mal licht an ich sehe nix ich habe die autos nicht gesehen ich habe da nur so schwarze silhouetten erkennen warte mal fortsetzen warte mal ich bin vierter ich bin vierter da du Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss es noch irgendwie zaubern, wenn ich da noch vorbei will. Nein, ich war im Windschatten, Menno. Es hätte so schön werden können. Schön aufs Treppchen fahren, nein. Wird mir nicht gegönnt, aber mit Abstand die schnellste Runde. So sieht es nämlich aus. So, komm, direkt ins nächste Event. Gib mir Geld, gib mir Geld. Gib mir Erfahrungspunkte. Wo fahren wir denn jetzt? Och, Müns Bar. Äh, Spar, ja, Spar wäre schön. Spar-Nin. Meinte ich natürlich. Ich bleib bei dem Volvo, der ist schön. Tun wir uns mal an das Auto gewöhnen, vielleicht werde ich ja dann auch irgendwann richtig gut damit und wir gewinnen hier mal was. Das wär doch mal ein Traum. Außerdem sieht der Volvo tatsächlich, äh, von außen richtig gut aus. Besser als die anderen Autos. Das sieht so ein bisschen aggressiv aus. So, direkt auf die 6. Das ist da vorne, 7, 6. Ach, da ist noch einer. So, der ist bitte. Oh, nee. Geht nicht mit den Flügeln. Wobei, das geht theoretisch schon, aber... Äh, ey. Und verschämt ja. Mein 6. Platz. Äh, 5. Platz. Wie soll ich das? Ich komme sogar im Windschatten ran. Trotz der steileren Flügel, die ich eingestellt habe. Das ist schön. Nein! Oh je 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 je! Hi. Ach ja, diese Zurückspulfunktion. Ein Fluch und Segen zugleich. Ein Fluch und Segen zugleich. Nein, 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 nein. Och Mann. Ich bin dafür, dass es die Zurückspulfunktion ins Spiel nicht mehr gibt. Sie verleitet einfach dazu, das Rennen so künstlich zu machen. Das ist... Ah. Seit wann gibt es die Scheiße ein? Ich werde damit angefangen. Ich glaube Codemasters. Als ich Forza 3 und 4 gespielt habe, gab es alles noch gar nicht. Da muss es der erste Ende der Pech gehabt. Oder du musst es neu starten. Wenn du unbedingt gewinnen wolltest oder sonst was. Ich glaube in 5 hat das dann einzuggenommen. Codemasters hat das glaube ich schon in Grid damals eingeführt. Wie gesagt, es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Aber besser als Platz 5. Das hat leider nichts hier. Wir haben zwei Runden. Aber dafür sammle ich perfekte Kurven ohne Menge. Ohne Menge. Ohne Ende. Ja, Platz 4, Platz 5. Wo sind jetzt die Top-Ergebnisse? Wieder hinter dem Volvo davor. Der Chevy hat sich noch dazwischen gequetscht. Oder der Honda. Ich weiß nicht, einer von den beiden. Die schnellste Runde habe diesmal sogar nicht ich. Überhaupt nicht. Aber wir sind alle sehr der dicht beieinander. Das ist schön. So macht das Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich längere Rennen fahren würde, wenn ich das nicht aufnehmen würde. viel Konjunktiv. Ich weiß doch. Das gehört dazu. Also ich mache das ja jetzt in erster Linie, weil damit, sonst haben wir wieder nur ein Rennen pro Folge. Oder ich muss extrem lange Folgen machen, was auch wieder doof wäre. Ich sollte mal A drücken. Ich weiß aber nicht, wenn ich das Spiel für mich spielen würde, ohne Aufnahme, ob ich dann auch längere Rennen fahren würde oder ob ich dann einfach, ob ich das genauso machen würde. Das weiß ich nicht. Das ist komisch. Auf der einen Seite denke ich mir, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, das dauert dann genauso lange. Da hast du ja auch irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß es nicht. Das ist komisch. Au, Sonoma. Au, Sonoma ist cool. Sonoma ist eine geile Strecke. Sonoma mit 39 oder 38 Nescas. Das ist, ah, ein Traum. Boah, das habe ich euch nicht erzählt. Das ist ein Traum. Das ist ein Bild für die Götter. Aber das ist jetzt eine andere Streckenführung. Das ist nicht die Nesca-Variante. Ich glaube, das ist die Indica-Variante. Indica fährt nämlich auch her. Genau, Nesca wird nämlich jetzt weiter geradeaus fahren. Das müsste dann hier die Indica-Variante sein. Nesca wird dann einfach hier links wieder von hier links reinkommen. Aber die Variante, die kennt ihr ja auch. Die kann man ja auch überall fahren. Und Nesca fährt dann hier. Es ist... Es ist... Und nicht so wie ich. Die fahren, glaube ich, rechts weiter. Oder ne? Ich muss gerade mal gucken. Das war jetzt total dumm von mir. Wo fahren die denn lang? Ich gucke gerade. Weil ich wollte nämlich... Ich war jetzt auch schon fast die Esses am Fahren. Dann habe ich gemerkt, das geht ja gar nicht. Genau, die fahren dann rechts weiter. Diese... Diese... Schikane hier, die fahren die nicht. Das ist nix für die Autos. Kannst vergessen. Ja, dann müsst ihr euch vorstellen, auf dieser kurzen Strecke, weil die Nesca-Variante ist nochmal ein Stück kürzer, 38 Autos. Das ist schon krass. Und wir fahren hier schon mit 24. Nochmal zwölf mehr. 14, Entschuldigung. 15, 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 Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja vierter fünfter sechster wieder hinter am audi hinterm 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 volvo teamkollegen in schwarz ich glaube das müsste sogar black white bull sein gibt's doch gar nicht richtiger abwärtstrend hier so das nächste renn gucken wir uns dann in den nächsten folgern würde ich sagen und die nächsten beiden dann haben wir die serie quasi schon wieder durch aktuell liegend auf platz 5 da muss noch was gehen ich hoffe dass jetzt noch ein paar geile strecken kommen ich wünsche noch einen schönen sonntag bis zum nächsten mal tschüss